Was bisher geschah... Bonnie mag uns nicht mehr... Ach dann! Ui, du schaust ja aber nichts ändern! Ruck diesen Combine halt nichts auf! Was? Wie kannst du durchfahren? Das ist... Wer kann das? Das ist... Das ist seine Berufung. Wir schreiben die Bibel um. Hat Jesus und bring dir die kleinen Tierchen auf die... Ach, oder was? Es leben sogar Indianer hier! Du, du, Blu... Boah, voll die Kriegsbemalung so an der Lippe, so wie... Irgendwie wie so ein... Bist du ein Indianer? Ey, ich weglauf ein Indianer! So, da sind wir wieder... in einem schönen Gespräch. Okay, dann. Nicht zu lange über das, ja? Hier, wir gehen auf die nächste Straße. Okay... Kaputt machen... Äh... Hallo? Hallo, Barney! Wieso geht der da lang und geht da? Hallo, Barney! Good luck! See you when I see you! Hä? Was machen wir hier? Ach, sie fahren jetzt weg, und wir? Ach so, wir gehen da jetzt. Okay. Ich versteh. Ladidadidadidad... Lang, lang, lang... Ergang, lang, lang... Ergang, lang, lang... Okay. Ich versteh. Alles klar. Da sind wir die. Ich drück mal... Da kommt doch irgendwas. Da kommt doch irgendwas, wenn es so langsam geht. Verarsch mich nicht. Ja, und jetzt werde ich abgeschossen oder so, und ich kann nicht durch. Ja, war so klar. Hallo? Ich sollte vielleicht weggehen, aber... Fuck. Mhm. Wow. Wow. Gefähr... Ja, er hat's kaputt gemacht. Alles klar. Ähm... Ach, das ist aber nett, dass wir hier nicht den Weg frei machen. Okay, ähm... Da lang. Au! Wow. Dunkel. Chill mal. Okay. Chill mal ein bisschen. Was ist das denn? Das... Das hätte ich doch nicht... Komm... Wird ich das kommen? Okay. Ähm... Der macht das jetzt frei. Der macht das jetzt... frei. Au. Ich hätte vielleicht den nicht gleich daneben stehen sollen. Egal, ähm... Ding weg. Schütze mich. Oh Gott. Jetzt kommt vielleicht das Fass. Nein? Doch. Gut, gut, gut. Boom. Okay. Jetzt können wir durch. Ähm... Ich hab ziemlich wenig... Hm... Viel Leben. Warte. 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 Was ist das? Aufhören. Oh, das ist halt unfair. Okay. Gehen wir hier lang. Hallo. Teil. Ach, da sind doch diese Headclips drin. Oder? Normalerweise schon. Egal. Ähm... Gehen wir hier lang? Das sieht es ja danach aus, als würde es hier lang gehen. Da unten ist was? Käsekuchen. Gut. Gut, gut, gut. Ähm... Gehen wir hier hoch. Wenn wir da oben sind, gehen wir da lang. Da rein. Hallo. Chill mal. Was? Was? Oh nein. Oh. Fick dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich einfach so. Mit der Pumpgang kann ich es nicht mal richtig ausdrücken, wie ich euch hasse. Abgrundtief einfach nur. So. Ähm... Leben wieder voll. Bitte. Danke. Ähm... Und laufen. Tipp ich mal drauf. Das ist jetzt ziemlich so... So, hier ist... Ohne Kamera. Okay. Ähm... Gehen wir hier lang? Da lang? Und da lang? Okay, das ist... Yo. Oh. 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 Was? Ich schieße dich jetzt wieder ab. Hört doch aus. Chillt doch mal, Leute. Oh. 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 Mein Gott. Hör doch mal. Oh. Oh. Und hier soll ich... Wow. Ich. Mhm. Okay. Alles klar. Mhm. Leute, das ist... Äh... Eher suboptimal. Mal weg hier. Kassi zurückkisten, ey. Meine Fressen. Hallo. Äh... Ja, das werde ich wahrscheinlich nicht überleben mit 24 HP. Äh... Tipp ich mal. Ganz schön. Lieb drauf. Dass ich das nicht überle... Nein. Oh. Ich. Ich. Ach Gott. Okay. Das gehen wir jetzt ganz ruhig an. La di da. So. So. Jetzt sind wir hier oben. Alles chillig. Okay. Aufwärts. Oh. Schön. Und los. Oh. Du ziehst mich zu. Genau. Okay. Das ist ziemlich dämlich. Weil ich... Ach, ein Checkpoint. Das ist nett. Nein. Oh. Nein. Das Spiel stresst mich schon wieder, Leute. Ich glaub, ich... 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 Okay. So. Jetzt sind wir wieder da. Wo der Checkpoint war. Schön. Und Sprung. Danke. So. Jetzt ist die Kiste runter. Jetzt ist die Kiste runter. Wieder. Kaputt. Boah, boah. Genau. So. Das war wirklich aber klug. Schieß. Schieß. Dann nicht. Okay. Ah, das stimmt. Da war ja einer. Oh. 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 Ich weiß nicht, wo ich danach hin muss. Wirklich. Keine Ahnung. Oh. 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 WYa。 Oh! Oh. 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 Oh mein Gott, du bist viel zu aggressiv, wie ich... Lern doch... Lern dich in die Gesellschaft einzuordnen, das ist ja nicht mehr... Da lang, da lang, da lang, oh mein Gott. Chill. Oh mein Gott, wie lang, da hoch. Das ist, glaube ich, ein schlechtes Hoch, aber wieder... Oh, okay, muss ich jetzt kaputt machen? Scheint so. Scheint so. Scheint so. Scheint so. Scheint so. Du hältst zu viel aus. Oh mein Gott. Alter. Da sind wir. Hab ich dich? Yes. Yes, yes, yes. Ah, gebäude. Ich dachte, da kommt der nächste. Okay, ähm... Runter, danke. Ähm, runter. Ja, danke für die Hilfe. Okay, willst du mich eigentlich verarschen? Meine Fresse. Jetzt tut die noch so, hey, hast du gut gemacht und so. Hast du meine Hilfe nicht gebraucht und so, oder? War ja alles, alles loko und so. Ich soll auf dich drauf... Ich will erst mal hier schauen, was hier so partymäßig abläuft. Ach, du hast ja die ganze Zeit gewartet. Kann ich wenigstens noch froh sein, dass du nicht weggefahren bist, oder? Hier wir gehen. Yes, ich will mich auch festhalten. Oh mein Gott. Das war's nicht. Wenn du schon wieder sowas fragst, wir haben's geschafft, dann kommt doch was. Hier wir gehen. Ja. Fick dich, Gordon. Fick dich, komm. Ich, ich, ich kenn dich. Da kommt doch wieder was. Dass dir jetzt ein zweiter Zug kommt, oder so. Mhm, hallo. Alles klar. Oh mein Gott, die Transmission ist going out. Oh, oh. Ich glaube, das macht gleich Bum. Oh, ziemlich viele, viele. Ja. Yes. Mach Bum, bitte. Mach jetzt Bum. Bum, Bum, Bum. Bum, 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 Bum. Ich kann springen. Yay. Ich kann nicht auf. Was? Mach Bum. Wer? Was seid ihr? So Fluchtboote, oder so. Boah. Mach das jetzt Bum so richtig. Kanonen. Alter. Gordon Freeman kriegt wieder Zustände. Ähm. Zugfahr schneller, bitte. Zugfahrer. Schneller. Oh, verdammt. Toll. Wieder toll gemacht Gordon. Ja, so heiß ich. Alex. Soll ich dich auch so nennen? Nee, ich nenne dich Gordon. Und ich bin Alex, okay? Oh Mann. Äh. Was? Was? Nicht im Ernst. Das war's? Das ist ja sau kurz nur. Äh. Ich hätte gedacht, das wird jetzt so lang wie, äh, wie Half-Life 2, das normale. Aber das ist ja wirklich nur so ein kleines, äh, Add-on-Dings. Dingern sonst. Und ich tippe mal ganz, äh, äh, zufällig drauf, dass Episode 2 dann gleich danach anschließt. Ganz logisch oder so. Äh, ja. Nun gut, dann hab ich's doch schneller durch, als ich erwartet hab. Okay, Valve, danke. Danke für dieses tolle Spiel. Ich muss sagen, es war, es war lustig. Ich mag an sich Half-Life 2, äh, einfach aus dem Prinzip, dass es dort Zombies und der Gravity Gun gibt. Aber die sollen mir mit dieser Super-Gravity-Gun machen. Was? Ich höre Valve-Musik. Und jetzt? Was? Gordon? Ja. Ich bin da. Was? Das ist creepy. Was wollt ihr von mir? Ich hab kein Geld dabei. Ist das normal, dass das schwarzer Blütschirm ist? Ähm. Ich glaub, das gehört nicht so. Ähm. Äh. Ich seh nichts. Okay. Aber ich glaub, ich hab da sowas gelesen, dass das, äh, nur ein Trailer für Episode 2 ist. Das heißt... Ich hab da sowas gelesen, dass das, äh, nur ein Trailer für 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 ein Tra